Also Lärm bitte vermeiden, also Rockkonzerte, wenn überhaupt, nur mit Gehörschutz. Und das ist, also man muss auf sein Gehör aufpassen, weil man kann das nicht mehr reparieren. Wir haben keine Spritzen und keine Medikamente, das Innenohr wieder herzustellen, sondern wir haben, und auch das Cochlearimplantat ist zwar wirklich ein Segen, aber es ist und bleibt eine technische Hilfe und das muss man sich einfach ganz klar bewusst machen. Keine Musik mehr zu hören, kein Fuhlgezwitscher, nicht mehr das Lachen meiner eigenen Kinder, das wäre für mich eine wirklich furchtbare Vorstellung. Mein Leutegast Dr. Veronika Wolter hat genau das erlebt. Sie hat mit neun Jahren ihr Gehör verloren, infolge einer Hirnhautentzündung. Heute ist sie die erste gehörlose Chefärztin Deutschlands. Dass wir beide uns ganz normal unterhalten konnten, das verdankt sie einem Cochlea-Implantat. Das ist eine Art Hörprothese, die sie unter der Kopfhaut trägt. Dr. Veronika Wolter ist heute eine absolute Koryphäe auf diesem Gebiet und hilft anderen gehörlosen Menschen, wieder ganz normal am Leben teilzunehmen. Das Cochlea-Implantat ist etwas völlig anderes als ein Hörgerät. Ein Hörgerät ist quasi, wenn Sie es ganz einfach ausdrücken wollen, ein Schallverstärker. Das macht es Ihnen erstmal lauter. Klar ist das heute auch mit den ganzen technischen Features, da können Sie viel, viel mehr machen, aber es bleibt trotzdem ein Verstärker, den Sie im Ohr tragen. Und das Cochlea-Implantat ist eine Neuroprothese. Das Cochlea-Implantat ersetzt Ihnen das Innenohr und lässt Sie über den Hörnerven hören. Und ich sage auch immer, um es einfach auszudrücken, es ist eine Hirnprothese, weil das, was Sie mit dem Cochlea-Implantat hören, das entscheidet Ihr Gehirn, das entscheidet nicht das Implantat, weil Sie ersetzen Nervenimpulse und hören über Ihren Hörnerven. Und der Höreintritt, den Sie damit haben, ist das, was im Gehirn entsteht. Und das macht das Implantat auch so spannend. Und ich glaube, das war auch der Grund, weshalb ich mich dann selbst auch darauf spezialisiert habe, weil die Möglichkeiten damit wirklich unfassbar gut sind. Aber man muss es trainieren. Es ist nicht so, dass man sich das irgendwie einsetzen lässt und man kann sofort perfekt hören, wie das mit einem Hörgerät, einem Schallverstärker dann im Zweifel der Fall wäre, sondern man hört die Stimme am Anfang verstärkt. Wie Mickey Mouse schreiben Sie im Buch. Ja, wie Mickey Mouse war es bei mir. Also manche beschreiben es so, dass sie alle wie Star Wars reden hören, wie ein Roboter. Also auf jeden Fall künstlich und nicht natürlich. Das ist schon normal, dass man das am Anfang erst mal als sehr fremd empfindet. Aber also da hat sich auch viel verbessert und es ist auch von der Vorerfahrung abhängig. Also einerseits werden die Implantate ja auch besser, muss man sagen. Und die Elektroden auch immer besser. Auf der anderen Seite ist das Ganze entscheidend, einfach zu verstehen, was habe ich vorher gehört. Also man muss schon hörend mal gewesen sein, am besten normal hörend gewesen sein, um auf ein so gutes Ergebnis wie jetzt ich zu kommen. Also es gibt ja viele Patienten, die von Geburt an schwerhörig sind, die ihr Leben lang hochgradig oder eben an Taubheitgrenzen schwerhörig waren, das normale Hören so nicht kennen. Die werden den Erfolg mit dem Implantat, wie ich ihn jetzt vielleicht habe, so nicht erreichen können. Also das muss man schon noch mit berücksichtigen. Aber das finde ich ist auch so das Spannende. Und es macht mir auch Spaß, mit dem Patienten einfach den Lernen einzuschätzen, was hat er für eine individuelle Hörvorgeschichte und wie gut wird er mit dem Implantat hören. Aber wenn ein Baby zum Beispiel taub geboren wird, ist dieses Implantat dann eine Möglichkeit, es wieder hörend zu machen? Unbedingt. Also gerade für taub geborene Kinder ist das Implantat ein Segen, weil wenn sie das rechtzeitig einsetzen, dann wachsen die Kinder im Prinzip so auf wie ich. Also die werden so hören und sprechen lernen wie ich. Da merken sie teilweise wirklich, wenn die ihnen begegnen, kaum einen Unterschied. Wenn sie es aber nicht machen oder zu spät machen, dann lernt das Kind nicht normal hören und wird dann entsprechend auch anders sprechen, so wie wir es ja von manchen Gehörlosen auch kennen. Die sprechen dann eben so, wie sie es hören. Und dann können sie zwar später noch ein Implantat einsetzen, aber das wird nicht auf das Ergebnis kommen, wie wenn sie es rechtzeitig implantieren. Auch vom Hörvermögen nicht. Oder nur vom Sprachvermögen danach nicht. Ja, beides. Also das ist ein Vorgang, den nennen wir hörbaren Reifungen. Und diese hörbaren Reifungen findet in den ersten acht Lebensjahren statt. Ganz besonders auch in den ersten drei Lebensjahren. Also Kinder nehmen ja erst mal viel, viel mehr auf, noch bevor sie überhaupt anfangen zu sprechen. Und das ist eine Reifung, die im Gehirn stattfindet. Und wenn sie in diesen ersten Lebensjahren diese Reize dem Gehirn nicht zuführen, dann lernt es das eben nicht. Und irgendwann ist das Fenster dafür, das zu lernen, eben geschlossen. Und wir wissen heute auch mithilfe des Cochlea-Implantats, dass das eben ungefähr im achten Lebensjahr der Fall ist. Weil man hat Kinder implantiert, die neun Jahre alt waren, komplett taub waren. Wenn sie denen das Implantat einsetzen, die hören damit nicht. Die hören gar nichts. Die lehnen das ab und kommen dann irgendwann, wenn sie erwachsen sind, und sagen, sie wollen das gerne explantiert haben. Also solche Fälle habe ich damals schon gesehen. Also es ist wirklich ganz wichtig, gerade bei Kindern zu schauen, in welchem Stadium sind die, wo sind die, wie werden die gerade versorgt. Und hören die mit dem Cochlea-Implantat nicht besser? Und kann ich denen die Hörbeinreifung überhaupt erst mit dem Cochlea-Implantat möglich machen? Jetzt sind diese Cochlea-Implantate ja in der Gehörlosen-Community durchaus umstritten. Weil die als Bedrohung für die Gehörlosenkultur zum Teil gesehen werden, für die Gebärdensprache. Können Sie das nachvollziehen, wenn ein Ehepaar vor Ihnen sitzt mit einem Baby, das taub ist und die sagen, wir wollen das nicht für unser Kind? Ja, tatsächlich habe ich das früher nicht verstanden. Heute verstehe ich es. Es ist ja so, wissen Sie, wenn ich meine Ohren ausschalte, also einerseits ist das wirklich ein Genuss. Das muss man leider so sagen. Also wenn man diese Angst vor dem Nichthören irgendwann abgeschlossen hat, dann kann man die Stille genießen. Und das ist auch etwas wirklich sehr, sehr Schönes, muss man sagen. Und wenn das Kind in dieser Gehörlosenkultur und in dieser Gehörlosenwelt bleibt und gar nicht der Druck oder der Zwang besteht, hören zu müssen, das kann tatsächlich etwas sehr Schönes sein. Ja, also da glaube ich, kann ich tatsächlich mich auch richtig reinfühlen. Aber auf der anderen Seite muss man halt denken, das sind ganz, 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 ganz wenige Eltern nur, die so entscheiden. Also wir haben vielleicht 100 Elternpaare in Deutschland im Jahr, die ein Kind bekommen. Und von denen ist vielleicht geschätzt, auch die Hälfte bereit, das Kind trotzdem implantieren zu lassen. Einfach unter der Voraussetzung, mein Kind wächst zweisprachig auf in beiden Welten. Weil sie bleiben ja gehörlos, auch wenn sie das Baby implantieren. Auch das Kind, wenn es ranwächst, kann seinen Sprachprozessor abnehmen. Es bleibt gehörlos, hat aber mithilfe des Implantates die Möglichkeit, an der hörenden Welt teilzunehmen. Und das wäre eben etwas, was ich unbedingt den Eltern an die Hand geben möchte. Und sage, überlegen Sie, wie Sie entscheiden für Ihr Kind. Natürlich können Sie es gehörlos aufwachsen lassen und ihn weg von diesem Stress und dieser hörenden Welt und den Zwang zu hören fernhalten. Aber Sie nehmen ihm lebenslang die Möglichkeit. Also nach dem achten Lebensjahr ist es ja vorbei. Da brauchen Sie nicht mehr implantieren. Dann nehmen Sie ihm die Möglichkeit, an der hörenden Welt teilzunehmen. Der Weg ist dann verschlossen. Und dann müssen Sie, wenn Ihr Kind erwachsen ist, ihm erklären, warum Sie sich dagegen entschieden haben. Weil das Kind wird irgendwann erfahren, Mensch, da gab es Akrochleimplantate, warum habe ich die nicht bekommen. Und warum ist mir der Zugang zu dem einen oder anderen Beruf versperrt? Ja, richtig. Also man muss sich auch klar sein, man ist dann sein Leben lang auf Gebärdendolmetscher angewiesen. Wie viele Menschen in Deutschland tragen denn so ein Cochlea-Implantat? Also das sind ungefähr 55.000 und wir versorgen pro Jahr etwa 4.500 Menschen damit. Also alle Kliniken, die implantieren, zusammengenommen. Der Bedarf ist aber um ein Vielfaches höher. Also wenn wir jetzt diese 4.500 nehmen, das war im Jahr 2020, haben wir 4.500 Implantate eingesetzt und im gleichen Zeitraum 65.000 Hörgeräte der Stärke, also oder der Kategorie, der Kategorie WHO4. WHO4-Hörgerät bedeutet an Taubheit grenzen. Und das heißt, wir haben 65.000 Hörgeräte an taube Menschen verkauft, aber nur 4.500 Implantate eingesetzt. Ja, das ist mit einem Grund, weshalb ich das Buch geschrieben habe, darüber aufzuklären. Weil man diesen 65.000 Menschen, die letztlich mit dem Hörgerät versorgt werden, das aber ihr Hörvermögen nicht wieder richtig herstellen kann. Wenn sie taub sind, dann nützt ihnen das Hörgerät leider nichts mehr. Mit einem Cochlea-Implantat tatsächlich helfen könnte. Richtig. Gibt es da eine Altersgrenze, wo man sagt, das bringt jetzt da nichts mehr in dem Alter? Also tatsächlich, und das ist mir auch sehr, sehr wichtig, das immer wieder ganz, ganz stark zu betonen, es gibt keine Altersgrenze. Also es ist wirklich ganz individuell von der Persönlichkeit, vom Gesundheitszustand und vor allen Dingen auch von der Motivation des Einzelnen abhängig, zu sagen, ich mache das oder ich mache es nicht. Also man muss natürlich die Voruntersuchungen durchlaufen, die Operationen machen und dann vor allen Dingen auch die Nachsorge, weil sonst hört man ja damit nichts. Also üben, ne? Richtig, ganz genau. Sie müssen das Hören ganz einfach üben. Aber man kann, um das nochmal zu sagen, Sie hören mich, nachdem Sie das geübt haben, auch nicht wie eine Mickey-Maus, sondern Sie hören meine Stimme ganz normal. Richtig. Und das ist ja das, was mir auch so wichtig ist, darüber aufzuklären. Natürlich hört man am Anfang elektrisch, aber mithilfe der Therapie und die biete ich ja in meiner Klinik auch an. Und das ist ja das Schöne jetzt an dieser Hörklinik, gerade das Operative mit dem Therapeutischen zu verbinden und dann eben nicht den Patienten mit dem Implantat alleine zu lassen und zu sagen, ja, du hörst jetzt elektrisch, das war's, sondern halt zu gucken mit der Therapie, wie unterstütze ich den Patienten. Und das ist, ja, das ist auch unglaublich schön, dann zu sehen, wie der Patient bei jedem Termin, wo er wiederkommt, dann besser hört. Und also im Großen und Ganzen muss man schon sagen, dass man ein Jahr eben Therapie braucht nach der Operation. Aber wenn man bereit ist, diesen Weg zu gehen, also bei aller Liebe und ganz, ganz ehrlich, ich höre wirklich super gut und super natürlich. Also es ist aus meiner Erinnerung mit neun Jahren nicht vom normalen Gehör zu unterscheiden. Habt ihr auch schon Erfahrung gemacht mit Hörgeräten oder mit Cochlea-Implantaten? Wenn ja, teilt die gerne mit uns in den Kommentaren. Noch besser ist es natürlich, wenn man sowas gar nicht braucht. Denn viele Schwerhörigkeiten ließen sich auch vermeiden, wenn wir uns nur anders verhalten würden. Auch die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, hat schon gewarnt, dass immer mehr Menschen in immer jüngeren Jahren schwerhörig werden. Also ich denke, und das ist ja auch immer das, was mich als Ärztin in meiner Klinik immer so bewegt und beschäftigt. Also ich frage meine Patienten dann oder eigentlich jeden Patienten, wissen sie denn überhaupt, warum sie schlecht hören? Nö, hat mir noch keiner erklärt. Und dann müssen Sie sich vorstellen, die laufen seit 20 Jahren mit Hörgeräten rum oder teilweise dann ihr ganzes Leben oder noch länger. Und also es ist unglaublich wichtig zu verstehen, dass wenn man sein Gehör schädigt durch Lärm, und das geht ja mit Airpods hervorragend, also gerade diese Innohr-Kopfhörer, diese weißen Stöpsel, die Sie überall bei den Jugendlichen oder jungen Leuten sehen. Um es ganz klar auszudrücken, wenn Sie das zu laut machen und das über einen längeren Zeitraum tragen, Sie führen sich einen Nervenschaden herbei. Sie schädigen die Haarzellen in der Hörschnecke damit und die können Sie nicht wiederherstellen. Sie können nur, wenn das beschädigt ist, leicht mittelgradig, mit dem Hörgerät ausgleichen, auch heute noch. Und wenn das Hörgerät nicht mehr reicht, dann eben ein Conclair-Implantat einsetzen. Aber man kann das nicht heilen, das muss man ganz klar sagen. Also Sie können nicht irgendwas da reinspritzen und die Haarzellen wachsen wieder. Nein, Sie beschädigen Ihr Innenohr damit. Und ich möchte einfach, dass die jungen Leute sich dessen bewusst sind und einfach wissen, was sie sich da anzuholen. Ich glaube, die meisten wissen das nicht. Genau, also davon gehe ich aus. Also zumindestens, wenn die Patienten vor mir sitzen und die sind ja schon wirklich dann stark eingeschränkt, auch die wissen es nicht. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass die Jugendlichen das nicht wissen. Und die tragen das ja oft über Stunden am Tag, beim Sport, auf dem Weg zur Schule. Wenn man nicht zu laut hört, passiert dann nichts? Aber die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich einfach zu hoch, dass man zu laut hört damit, oder? Ja, also es kommt darauf an. Also einerseits, wie lange am Tag, also wie viele Stunden machen Sie das? Wie häufig machen Sie das? Und auch in welcher Lautstärke machen Sie das? Wenn Sie, so wie Sie es eben beschrieben haben, im Bus, irgendwo auf der Straße unterwegs sind, Sie haben ja dann Nebengeräusche. Und man muss ja dann, um trotzdem das zu hören, was man da sich streamt oder was man halt hören möchte, das lauter machen. Und das ist das Problem. Also wir wissen aus der Arbeitsmedizin schon seit ganz, ganz langer Zeit, dass ein Lärmpegel über 80 Dezibel und den erreichen Sie ganz schnell im Straßenverkehr. Nämlich ein LKW, der vor Ihnen vorbeifährt, der hat die 80 Dezibel. Und wenn Sie mit Ihren Airpods dann noch was hören wollen, dann machen Sie es lauter. Und diese 80 Dezibel ist nämlich genau die Lärmgrenze am Arbeitsplatz, die den Arbeitgeber zum Lärmschutz verpflichtet. Ja, weil man eben weiß, dass genau diese Beschallung ab 80 Dezibel zum Lärmschaden führt. Und tja, das wissen die jungen Leute nicht. Die stecken sich ihre Airpods rein und denken, ja, ich steige jetzt in den Bus ein, hier ist es ein bisschen lauter oder ich bin auf der Straße, jetzt mache ich es halt lauter. Und das über Stunden und Tage. Also da können Sie ziemlich sicher davon ausgehen, da machen Sie sich Ihr Innenohr kaputt. Also Ihre Empfehlung ist ganz klar, Hände weg von Innen-Ear-Kopfhörern? Unbedingt, ja. Also ich würde, wenn dann überhaupt, das nur einsetzen unter der Kontrolle, dass ich es mir nicht zu laut mache. Also ich habe jetzt gesehen, man hat auch teilweise über Apps die Möglichkeit zu schauen, wie laut mache ich mir das. Da muss man wirklich gucken, dass man, also die 70, höchstens, ja, 70 Dezibel wäre schon so grenzwertig, dass man wirklich vorsichtig ist mit der Lautstärke, dass man es nicht zu laut macht, nur unter Kontrolle der eigenen Lautstärke sozusagen das überhaupt anwendet. Oder, und das wäre meine, ja, eher meine Empfehlung, dass man auf sogenannte Over-Ear-Kopfhörer wechselt oder halt auf Noise-Canceling. Also Over-Ear-Kopfhörer wären solche, wie wir jetzt aufhören, Also stinknormale Kopfhörer, mit denen es vielleicht nicht ganz so attraktiv aussieht. Ja, es ist natürlich klar, das ist auch immer alles, ne? Also Apple und die Konzerne wissen natürlich auch, wie sie das Ganze verkaufen. Natürlich wirkt das cooler und lässiger, wenn sie einfach so ein weißes Stöpsel da reinsetzen. Ja, es ist aber leider, und das muss man sagen, junge Leute, bitte tragt, wenn überhaupt dann diese Kopfhörer, aber so richtig, ja, guten Gewinns empfehlen, kann man das auch nicht, weil wenn sie das Noise-Canceling auf der Straße anmachen, dann hören sie die Nebengeräusche nicht mehr, ne? Wenn dann der Fahrradfahrer hinter ihnen klingelt, hören sie die nicht mehr. Aber zum Beispiel im Bus, ja, wenn sie da sind, dann lieber Noise-Canceling als einen Airport einsetzen, bitte. Hm. Und einfach auch zu Hause oder so ganz normal Musik über solche Kopfhörer hören. Ja, genau. Was ich auch ganz toll finde, das finde ich gerade für Kinder auch empfehlenswert, es gibt ja auch solche Bügel, also Kopfhörerbügel kann man das, glaube ich, nennen. Das, ja, das legen sie sich so auf die Schulter, das ist quasi ein Lautsprecher, der genau das ist. So Nackenbügelkopfhörer heißen die, glaube ich. Richtig, ganz genau, sie haben recht, ja. Und da kann man die Lautstärke ganz normal einstellen und man hört die Umgebungsgeräusche aber noch ganz normal und das finde ich bei Kindern halt wichtig, weil so laufen sie überhaupt keine Gefahr, dass es zu laut dann wird, weil das Kind ist ganz normal ansprechbar und sie machen, sie können ja auch dann die Lautstärke auch selber hören. Sie wissen ja, wie laut kommt denn das da raus und das machen sie eben genauso laut, wie, ja, dass es eben gut verständlich ist und das Kind hört aber die gesamte Umgebung mit und damit haben sie fast kein Risiko, das dann zu laut zu machen. Also, ganz klare Tipps für Kinder, diese Nackenbügelkopfhörer für Teenies statt in ihr Kopfhörer, ganz normale Kopfhörer aufsetzen. Ja. Und generell auf sein Gehör achten. Also Lärm bitte vermeiden, also Rockkonzerte, wenn überhaupt, nur mit Gehörschutz. Und das ist, also man muss auf sein Gehör aufpassen, weil man kann das nicht mehr reparieren. Wir haben keine Spritzen und keine Medikamente, das Innenohr wieder herzustellen, sondern wir haben, und auch das Cochlea-Implantat ist zwar wirklich ein Segen, aber es ist und bleibt eine technische Hilfe und das muss man sich einfach ganz klar bewusst machen. Also bitte aufpassen auf eure Ohren und wenn ihr das Gefühl habt, ich höre nicht mehr gut, dann geht bitte zum HNO-Arzt und lasst das überprüfen. Ansonsten habt ihr vielleicht einen eigenen Weg gefunden, wie ihr Musik hört, wenn ihr unterwegs seid, ohne dass es zu laut wird. Wenn ja, teilt uns gerne eure Erfahrung in den Kommentaren mit. Und wenn ihr sonst noch wissen wollt, was ihr tun müsst, um nicht nur möglichst lange gut zu hören, sondern auch sonst fit und gesund zu bleiben, empfehle ich euch das Leute-Video mit Jarl Adler.